Ich hoffe, meine lieben Zuschauer, der Ball ist dreigegeben. Ich bin ein kleines Geheimnis, nicht. Ich freue mich, meine Freunde. Nicht viel los hier, hm? Ja, wer tut sich heute gleich schwer von der Ballkontrolle, das sehe ich schon. Die schriften nicht richtig raus. Aber sowas hast du da im Programm, das hat jeder. Geht's los! Aha, erzähl nur weiter und ich werde dir deinen mistigen, öligen Idiotenbart aus deiner verschissenen Fresse reißen. Oh, das ist für euch. Ich werde jetzt vom Gurtbereich nach unten. Ach, das geht auch schnell wieder mal runter. Weil konstant ist ja heute eigentlich gar keiner. Nein, das ist wirklich. Nicht wirklich, das stimmt. Das ist eben eine Taktel. Fünf Reihen muss ja vorbei, egal wie. Die Taktel. Da ist die Taktel. Das ist ja schon mal drüber. Die Taktel. Die Taktel. Die Taktel. Das ist auch nicht eurer wie ein 7-5. Ja, natürlich, aber du wirst genau, was das Geschmäcker hat. Ja. Doch, wenn man sieben Tore im Minus hat. Fürs Torverhältnis ist es schlecht. Das interessiert mir. Aber das ist der Gegenteil. Wenn ich 20 spiele, obens gewinne, immer gut gewinne, und dann 1-2-mal 7-0 verliere, glaub ich, das ist ja wie auf alle am Masch. Aber das ist so ein Ausrutsch. Wirst du schnell einmal? 7-3. Das habe ich nach einem 4-0 gemerkt. Das ist gar nichts mehr aus dem Ganzen. Ich habe dann auch noch ein bisschen so mitgemacht, dass es nicht mehr rausgeht, und dann war es perfekt. Wenn er mal gefährlicher Schuss gekommen ist, war er halt da gestanden. Ja, wobei der Erichs das mal gut zogen hat. Der Tore hat nicht gut gemacht. Ich habe ihn gerade angestachelt. Das habe ich gesagt. Aber nicht nur noch 3-mal, du Pfeige. Hauf gegen den Ball krumm und schief. Ja, das ist ja 3-mal nur. Dann kannst du nichts machen. Dann kannst du nichts machen. Das ist ja ein Imbar. Das ist ja auch wie ein Windkopf. Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Das kommt zur Beweisaufnahme. Ja, also so geht es ja nicht. Es herrscht eine Bombenstimmung. Das glaube ich nicht. So kann schon jeder jeden schlagen. Schau wie ich hineingekommen bin, ich habe die ersten drei oder vier Spiele ganz gewonnen. Ich habe zwei Unentschieden, zwei verdorfen und auch keine Bände, nicht rausgerissen. Ich halte hinterher ganz gut, aber nach vorne ist von mir auch nichts gekommen. Ja, ich meine, das ist jetzt der erst bei ihm war. Ja! Aber Vorsicht! Ist cool, Mann! Ich halte die Spiele gut zu zeigen. Oder geht es ganz scheinbar gut zu zeigen? Vielleicht legt es erst mal auf die Ungewöhnung. Also keine Ausländer, aber vielleicht Ungewöhnung von dem auf dem. Das ist die Straße. Da braucht man keine Bände, das ist natürlich so. Die spannende Höhe hält. Das kommt immer mit rein. Du hast ein ganz anderes Gefühl wie du. Ja. Das geht immer so. Und drüben ist ja viel schneller. Nein! Der technische ist so getrunken. Der hat viel besser den Spielen wie der. Jetzt steckt schon den hinterher, wenn er gerade runterläuft. Ja, schau mal! Glaubst du an Jesus? Ja sicher. Du wirst ihn gleich treffen. Schau mal! Jetzt hast du ihn zweitens mal. Jetzt schau mal wieder an. Und zweitens mal hast du da gehen. Wer geht da noch? Ich kriege ihn nicht halt zum Wasser. Es scheint Unstimmigkeiten zu geben. Hast du ihn gehabt? Nein, ich habe ihn noch nicht gehabt. Okay. Jetzt hast du ja drauf, ne? Ja. Es ist aber auch natürlich ein ganz gutes Zeichen, weil ja jeder schon wenn er seinen Anspruch hat. Ja, ja sicher. Nee? Ja. 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 Ja, das gibt, das gibt wieder eine Zeit, Luppi. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Ich brauche ich mich jetzt nicht. Ja. 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 Hallo. Ich glaube du hast rotmarchen gemacht. Ja. Okay, bitte! Ja! Ah! Ah! Wir sind im Schlag fahren. Jawohl! Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ja, das ist schon. Ja, lass dich schön. Die haben wir doch schon. Ja, schon. Aber wenn du drei so Gaggeln kriegst. Gaggeln. Ja, aber wenn du drei so Dinge hast du gerne überhaupt gekonnt. Ja, eigentlich schon. Hast du mich wohl gewollt? Hallo! Ja! Da warst du halt so nötig. Hast du dich alle mal geschmissen? Ja, wir haben jetzt ganz einfach nicht über Technik gespielt, sondern nur gekampft. Ja. Und hat es sich gelohnt? Ja, das ist einfach so. Das ist auch nicht so. Ja, kann man ruhig klatschen. Ja, kann man ruhig klatschen. Ja. 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 Ja.